So, heute wird es ganz bestimmt nicht langweilig, denn wir sprechen über Ethereum, über Solana, über Ripple und über Doge. Na dann legen wir mal los. So, ich begrüße euch ganz herzlich hier auf dem Trader-Macher-Kanal. Mir fällt gerade auf, ich habe hier noch eine Tasse mit Teebeutel drin. Das ist das Allerschlimmste, aber ich habe heute nicht so viel Zeit, ich muss durchziehen. So, wenn die Leute, so weißt du, in der Werbung, dann machen die das mit so einer Decke auf dem Sofa und dann trinken die so Kaffee und man sieht noch den Teebeutel. Ein Kuscheln auf dem Sofa. Ich glaube, ich muss zum Psychologen, weil ich das Wort Kuscheln, da finde ich so schlimm. Man muss was anderes finden für Kuscheln. Falls euch was einfällt, schreibt es hier unten. Ne, lasst das lieber. Wir sprechen über Börse. Wir sprechen heute nicht über MicroStrategy, aber im Report habe ich darüber sehr häufig gesprochen. Und weil ich selbstverständlich auch ganz transparent darüber geredet habe, dass ich in MicroStrategy investiert war, möchte ich an dieser Stelle den Hinweis geben. Ich bin nicht mehr investiert. Wenn ihr Lust habt, viele von euch haben sich ja sowieso schon dort mit mir, wie heißt das, connected, verknüpft, wie auch immer, auf LinkedIn. Da habe ich gestern einen Beitrag gemacht, warum ich hier ausgestiegen bin aus MicroStrategy. Das kann vollkommen verkehrt sein. Vielleicht steht die Aktie in zwei Tagen 100 Dollar höher oder 100 Dollar tiefer. Wir werden es im Nachhinein sehen. Aber mein Kursziel, welches ich mir ausgerechnet hatte für den Moment, dass Bitcoin neue Allzeithochs macht, das wurde sowas von pulverisiert. Und eine Fahnenstange kann selbstverständlich eine noch größere Fahnenstange werden, aber man muss ja ja nicht können. Also, so viel dazu. Wenn ihr Lust habt, dann treffen wir uns auf LinkedIn. Ihr müsst aber da nicht hingehen, wenn ihr sagt, noch eine weitere Plattform und ich habe da eigentlich gar keinen Bock drauf. Alles gut. Wir schauen also zuerst einmal auf, zumindest mal den Großen unter den Vieren, auf die wir heute blicken. Und warum habe ich mir die rausgesucht? An der Stelle mal der Hinweis. Ihr habt in den letzten Wochen mitbekommen, dass auch die Altcoins, also alles, was nicht Bitcoin ist, ist letztlich Alt- oder Altcoin, Alternative Coin, wie auch immer ihr das nennen mögt, eine Alternative zu Bitcoin. Selbst das muss man ja in Frage stellen. Besprechen wir aber heute nicht, denn wir blicken ja heute auf Charts. Alles hat sich sehr gut entwickelt. Ich glaube, Sui war der Spitzenreiter. Auf dem zweiten Platz kam Doge und wir schauen heute nicht auf die vermeintlich fundamentalen Hintergründe. Ja, ich habe mitbekommen, dass Elon Musk zumindest mal Berater ist eines Ministeriums, welches Department of Government Efficiency heißt. Und Doge, das ist ja so ähnlich. Ja, und deswegen ist das Ding wahrscheinlich durch die Decke gegangen. Das weiß der Markt aber auch. Von daher, wir konzentrieren uns heute auf das, was uns die Kurse, also der Chart sagen. Alles andere zumindest nur ganz kurz am Rande. Daher bringe ich euch, bevor wir auf die Charts blicken, noch etwas mit. Das hier ist die Seite Blockchain Center.net. Und die sagt, dass per Definition wir noch nicht in der Altcoin-Season sind. Ja, wann ist die erreicht? Laut Definition auf dieser Seite, wenn 75 Prozent der Top 50 Coins besser performen als Bitcoin in den letzten 90 Tagen. So war es in vergangenen Zyklen, aber es gab eben noch nicht so schrecklich viele. Von daher, ob es diesmal wieder so sein wird, kann ich euch nicht sagen. Immerhin gibt es doch schon einige, unter anderem auch Solana. Da blicken wir ja gleich drauf, die besser gelaufen sind als Bitcoin. Wahrlich auch keine ganz so schlechte Performance in den letzten Tagen und Wochen. Und unter dem Aspekt könnte es sich so weiter fortsetzen. Könnte ist ein gutes Stichwort, denn noch zwei weitere habe ich. Zum einen, das Ding habe ich mir einfach mal genommen von Raoul Pal. Mit dem habe ich auch schon mal gesprochen. Der eine oder andere sagt, er ist unverantwortlich long in den Kryptos. Ich glaube, sein Haupt, er hat, glaube ich, sehr viel Solana. Er hat Sui, er hat ein bisschen Bitcoin. Ansonsten kann ich es euch nicht sagen. Auf jeden Fall mal, wie er betont, einen beträchtlichen Teil seines liquiden Vermögens. So, den Chart habe ich mir hier einfach mal genommen. Und wenn wir uns das anschauen, also die gesamte Marktkapitalisierung der Altcoins, excluding Bitcoin und in diesem Fall ist Ethereum auch rausgerechnet, dann sehen wir, dass diese nach Marktkapitalisierung, dieser Ausbruch jetzt gerade erst stattfindet. Das heißt also, there would be more to come. Noch einiges an Kursgewinn. Und an der Stelle ist ja so wichtig, der Disclaimer. Hier unter den Videos steht sowieso schon immer, dass das natürlich keine Aufforderung ist, hier irgendwie tätig zu werden, weder zu kaufen noch zu verkaufen. Das ist nur mein Standpunkt. Und ein Standpunkt, der steht da nicht drunter, den möchte ich hinzufügen. Und meine Hauptholdings, ja, so konservativ bin ich. Meine Nachbarn sind gar nicht investiert in Krypto. Die halten das schon mal gar nicht für konservativ. Ich habe einen Großteil meines investierten Kapitals in Bitcoin. Und wie ich mittlerweile weiß, im Nachhinein ist man ja schlauer, einen zu großen Teil in Ethereum. Warum zu groß? Naja, mein Depot war 50-50. Mittlerweile ist es 70-30, würde ich sagen. Ich schaue ja auch nicht jeden Tag in die Wallet rein. Warum? Ja, weil einfach Bitcoin viel besser gelaufen ist als Ethereum. Punkt. Hätte ich mehr drin gehabt in Bitcoin, wäre die Performance besser. Hätte ich viel mehr in Solana gehabt, wäre sie noch besser. Das ist aber mein Basis-Investment. Und alles, was drumherum ist, ist kleiner. Und gleich haben wir den Disclaimer perfekt. Ich bin aktuell investiert in Ethereum. Ich habe eine Position in Solana und ich habe eine Position, das war rein spekulativ und es ist ganz ordentlich aufgegangen. Ja, für den Fall, dass Trump gewinnt, es muss ja auch irgendwas, auch das lassen wir weg. Ich hatte mir dann ausgemalt, darauf würde auch Doge reagieren. Ich habe eine kleinere Position, die hat sich sehr gut entwickelt. Ich glaube, nein, ich bin nicht 150 Prozent im Plus. Aktuell zwischen 50 und 60 Prozent irgendwas. So, das also mal als eine Tatsache für den Moment, dass es in der Vergangenheit bei einem solchen Ausbruch aus so einem Wedge-Pattern hier dann in der Regel noch deutlich größere Kursgewinne gab. Und noch schöner sieht man das vielleicht hier. Auch das ist eine Grafik, die ich mir von Raoul geliehen habe. GMI heißt, glaube ich, sein in den USA, glaube ich, so ein Dienst. Er richtet sich aber an große institutionelle Kunden. Ich glaube, ist relativ teuer, aus deren Sicht vielleicht nicht, aber für einen Privatanleger sicherlich. So, da sind wir in etwa vielleicht zwei Wochen weiter. Und die Banana Zone, so hat er das genannt, die kommt erst noch. Also die Phase der höchsten Kursanstiege. Ob das diesmal auch wieder so sein wird, das wissen wir ja nicht. Deswegen habt ihr euren Plan vorher zurechtgelegt. Wir schauen auf Ethereum. Und wir sehen, dass wir aktuell nach einem, zumindest mal der längere Trend, der wurde ja hier gebrochen, ein Ausbruch zur Oberseite, eine Konsolidierung. Und für mich ist eigentlich nicht so wichtiger, sonst hätte ich dran geschrieben, neue Kursziele oder sonst irgendwas, für mich ist nicht so wichtig, wie weit sie nach oben durchschießen. Und ich weiß es auch nicht, ich kann es euch hier nicht sagen. Könnt ihr irgendwie einen Durchschnitt machen aus den letzten Zyklen, aber keiner weiß, wie stark dieser Zyklus ist. Für mich ist wichtiger, was darf nicht passieren. Und Ethereum darf meines Erachtens nicht passieren, dass wir hier jetzt unter die 2800, nehmen wir ruhig mal eine runde Marke, bei der Volatilität ist das in Ordnung, dass wir die 2800 US-Dollar unterschreiten. So, alles, was darüber passiert, wird in den nächsten Wochen und insbesondere auch im Jahr 2025, denn wenn sich die Liquiditätssituation so entwickelt, wie ich das erwarte, dann haben wir zumindest ein erstes, wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich auch zweites Quartal in 2025, welches stark sein wird. Oberhalb von 2800 wird sich dann auch Ethereum Richtung Norden entwickeln. Würde mich natürlich auch freuen, da ich investiert bin. Es kann immer anders kommen. Punkt. Ja, das ist der vierte große Zyklus. Und deswegen ist es auch ganz wichtig, dass man jetzt nicht auf die Idee kommt, schon gar nicht aus einem FOMO-Gefühl heraus, also der Angst, etwas zu verpassen. Jetzt muss ich hier auch rein. Wer bis jetzt sich gegen Kryptos entschieden hat, der hat wahrscheinlich jetzt die ersten acht Minuten des Videos sich sowieso nicht angesehen, aber der lehnt sich einfach zurück, macht sich einen Tee. Wenn er ein bisschen stilsicherer ist, nimmt er den Teebeutel dann auch raus, wobei hier draufsteht, Mitgefühl ist deine Stärke, und trinkt einfach Tee weiter. Ist doch in Ordnung. Aber jetzt, wo sie steigen, zu sagen, ja, jetzt will ich auch Kryptos kaufen, das ist nicht erfolgreich, weder im Kryptomarkt noch im Aktienmarkt. So, Ethereum sieht vergleichsweise schwach aus, vergleichsweise mit, Stand heute, Solana. Die sind nämlich schon auf Höhe ihres Allzeithochs. Und Solana hat, und das sieht man sehr schön in diesem Kurs, kann easy um 15% korrigieren, auch 20% korrigieren. Solana sollte nur den Ausbruch hier über 192 US-Dollar möglichst nicht mehr zurücknehmen. Und das ist auch schon alles, und das ist auch der Grund, warum ich heute mal dieses Video mache. Heute ist im Übrigen vor den Nvidia-Zahlen. Ganz bewusst, man macht sich sein Setup nicht als Reaktion auf irgendwas, sondern vorher. Vielleicht wird Nvidia, kommt heute nachbörslich, also 16.42 Uhr haben wir, dauert noch ein paar Stunden, irgendwann zwischen 10 und 11 heute Abend, werden wir es sehen. Vielleicht sprengt Nvidia alles weg, Risk-On-Stimmung am Markt. Und wahrscheinlich wird das dann auch die Kryptos befeuern, wobei die auch bei Korrekturen momentan ja eigentlich gar nicht zurücksetzen. Aber vielleicht ist es ein ganz großes Risk-Off-Event, alles wird wieder, und da glaubt es mir, das sind dann die Momente, wo man sagt, ich wusste es doch. Ich wusste doch, ich bin wieder zu spät drin. Man kann sowas nicht handeln mit einem Stop von 10% oder 15%. Korrekturen in Solana bis 192 US-Dollar. Ja, ich kann es jetzt nicht ausrechnen, es sind aber bummelig dann 37, 45, also 20%. Das wäre ganz normal, ob das hier kommt oder 10% höher oder 20% höher, kann ich euch nicht sagen. Aber für mich sind die nächsten Korrekturen in diesen Werten Käufe. So, und wenn es ein charttechnisches Verkaufssignal geben sollte, dann fange ich an, aktive Positionen zu reduzieren. Meine langfristigen Positionen lasse ich sowieso laufen. Das ist klar, das ist ein Investment, das ist nicht das Gleiche wie bei Trading-Positionen. So, nächster Wert, Ripple. Und auch da, ja, hast du denn nicht mitbekommen? Doch, ich habe mitbekommen, dass ziemlich sicher Gary Gensler gehen muss. Und ziemlich sicher, das können wir wohl sagen, wird die Trump-Administration weniger regulativ. Das sollte bullish sein, vielleicht auch für Ripple. Ich habe keine Ripple. Ich habe nämlich in meinem Trading-Depot, ich kaufe ja auch nicht dann alles immer neu zu, oh, ich habe ein begrenztes Kapital. So ist das nun mal. Ich bin aus Ripple ausgestiegen, bevor die so durchgestartet sind. Ich habe allerdings die Position in Dodge getauscht. Insofern ist es sogar noch ein bisschen besser gelaufen. Aber ich gönne allen, die jetzt seit Jahren darauf warten, dass sich bei Ripple was tut, ich weiß nicht, ob fundamental sich was tut. Was ich weiß ist, dass übergeordnet Ripple hier immer noch in dieser Reihe höherer Tiefs gefangen ist. Und ja, zu sagen, was ist denn da das Retracement wert? Eines Erachtens kann es mir zumindest relative Stärke und relative Schwäche ausweisen. Und bei Ripple sage ich, dass die Bodenbildung erst dann abgeschlossen ist. Und ich wünsche es jedem, wenn wir hier über das 61,8 Retracement ansteigen. Und wenn ihr jetzt sagt, ja, hat das in der Vergangenheit funktioniert? Es hat viel häufiger funktioniert, als nicht funktioniert. Und es geht genau darum, an der Börse im aktiven Handel, im Trading, aus einer Münzwurfwahrscheinlichkeit rauszukommen. Und nur dafür ist es geeignet. Damit sage ich nicht, dass Ripple nicht auf 5 Dollar steigen kann. Googelt es, werden bestimmt 10 Analysten gesagt haben. Aber es gibt mir einen Anhaltspunkt, wo möchte ich investiert sein und wo möchte ich nicht investiert sein. Und weil ich meine, hier eine relative Schwäche in Ripple zu erkennen, bin ich nicht investiert. Nutzt gerne die Kommentarfunktion und schreibt vielleicht auch, warum ihr das komplett anders seht. Oberhalb von 1,34 müsste man die Meinung ändern. Dann wäre Ripple zumindest mal aus dem Bärenmarkt raus. Und dann schauen wir auch noch an dieser Stelle. Übrigens, wenn ihr sagt, ich möchte es gerne ein bisschen genauer. Was sind denn die Favoriten? Was ist denn wirklich, wenn man jetzt noch einsteigen will, was sind die genauen Marken? Ja, zum Teil habe ich sie besprochen und ich habe gesagt, wichtiger ist, was nicht mehr unterschritten wird. Aber in der kommenden Woche, am 27.11. am Dienstag schon hier verkündet. Und ich freue mich riesig, dass sich so viele schon eingetragen haben. Ich glaube, das wird ein sehr, sehr cooles Event. Gemeinsam mit René Bertheit und Bernd Raskowski werden wir also nächsten Mittwoch, müsste das sein, 27.11.18 Uhr, darüber sprechen, was könnte besser laufen als Bitcoin? Was sind die Jahresendrallye, die Topwerte und wie man seine Gewinne absichert, ist ja vielleicht auch ganz interessant. Wird René machen? Tragt euch gerne dafür ein. Ist absolut kostenlos. Nichts. Ja, ihr müsst es natürlich bestätigen. Das ist rechtlich notwendig. Wir sehen uns am Mittwoch. Dann seht ihr mich in der Woche am Donnerstag, Mittwoch und Dienstag. Oh Gott, das ist natürlich schon fast eine Drohung. Tut mir leid. Wenn es ruhiger wird, halte ich mich auch wieder mehr zurück. Last but not least, Dogecoin. Was soll man dazu sagen? Das ging dann relativ schnell. Das erklärt auch, warum die Aktie hier in diesen Altcoins, glaube ich, auf dem zweiten Platz war. Nee, dritten. Dritten Platz. Ja, 289 Prozent. So viel sind es bei mir nicht. Wieder mal zu spät eingestiegen. Hier sind wir über diese Marke angestiegen. Über diese Marke, die Bären- und Bullenlager trennt. Und charttechnisch funktioniert im Kryptosektor. Und deswegen, was darf nicht passieren? Doge darf nicht mehr unter 0,28 zurücksetzen. Dann gibt es Kursziele. Und die Kursziele bei Doge und bei Solana, wir kürzen es an dieser Stelle ab, denn ich glaube, es ist klar, worum es mir geht, sind neue Allzeithochs. Das ist in Solana keine große Ansage mehr. Das gilt auch für Doge. Bitte nur investieren mit einer überschaubaren Position. Ihr müsst damit gut schlafen können. Und das war es für heute. Ich freue mich auf eure Kommentare. Natürlich. Und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche hier an dieser Stelle wiedersehen. Bis dahin. Macht's gut. Schönen Donnerstagabend. Und ciao. Schönen Donnerstagabend.